Ich bin gespannt auf die Zukunft von Ronny. Danke für den siebten Monat. Ich küss dein Herz. Ich entlass mich nicht wieder. Auch so ein Hype, auch so ein Re-Stop. Sehr, sehr correct. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Sous-Vide. Ähm, das ist so ein... Mit dem Prime-Restop. Wir müssen jetzt mal einen Win holen, Alter. Dein Steak, dein Vakuum... Dein Stück Fleisch? Du nimmst dein Stück Fleisch? Und vakuumierst es in so einer Plastikfolie halt. Ist bei Chris immer ganz schlimm. Das wird Chris auch nicht so schön. Verpackt. Und dann, ähm, ja, schmeißt du das in den Sous-Vide-Gar rein, das ist so ein Wasser... Mit Mikrowelle. ...und stellst deine Temperatur ein und die Zeit, wie lange du es haben möchtest, und dann ist es halt genau diese Temperatur an allen Stellen so, weißt du? Und dann brätst du es einfach nochmal... Bald kommt ein neues, Joni. Und dann ist das Steak perfekt. Du kannst es nicht falsch machen. Ich mach mein Steak in meiner Mikrowelle, ist ganz geil. Bitte was, Flirt? Wie vakuumierst du die Kacke? Mit einem Vakuumiergerät. Die Kacke. Eklig. Vakuumiergerät. Ah, ja. Hä? Ja? Heißt du? Vielleicht muss noch so viel lernen. Ja? Was denn sonst? Vakuumiergerät. Gibt doch schon ein schlaueres Wort dafür, oder? Nein, das ist das schlaue Wort. Vakuumiergerät. Klingt wie so... Vakuumiergerät. Klingt wie so'n... wie so'n Feuerwehrmann. Ah, Digga, wirklich Floyd, wirklich dritte Klasse oder so gerade. Klingt wie Feuerwehrmann. Klingt wie Feuerwehrmann. So'n Kindheitswort. Vakuumiergerät. So wie... Ne. Ah. Ihr sagt nichts. Sie schießen noch mehr. Doch ich gehört. Kein M ist das mit der NZ? NZ 10 von 10. Na, NZ Video auch 10 von 10. Mh. Nein, echt? Ja, natürlich. Nein, Floyd hat sich so gefreut. Das kann nicht sein, du bist so'n Ratte. Zum Glück hab ich's nicht gemacht. Zum Glück hab ich's nicht. Ne, ich hab mich nicht... Ich hab mich nicht gefreut, dass Christian... Ich hab mich gefreut, dass ich's nicht gemacht habe. Ah, Peanuts. Zuschauer, Galibri. Das heißt Einschweißer? Ne, das heißt wirklich nicht Einschweißer. Schweinschweißer vielleicht. Das sind Einschweißer, nicht wirklich... Schweinsteiger. Schweinsteiger? Mein... Geier? Prime Sub? Außer sein Prime? Außer sein Prime, ja. Ich denke, es heißt Prime, oder? Da hast du Riesenhunger. Mh... Ich glaube, wir haben... Wir haben Platz... Haben wir Platz? Ja, wir haben Platz, ne? Für Wähler? Ne. Wieso ist das denn nicht? Wähler... Wähler, ähm... Wir haben Platz. Ich habe eine Chance. Wo kommt der her? Einfach Horst Seehofer zu jedem einzelnen. Was? Lass mal ein Schweini da raus. Was ist L2? Also... Ich weiß, dass es eine Taster im Controller-Taster ist. Ich hasse... Es ist ein Game. Ich wurde gefragt, dass ich mal L2 gespielt habe. Ich habe das Jugendamt geholt. Und, äh... Stahli. Ralegrö. L2. Kann man mit dem Heli in das Loch fliegen? Wird eng. Ballast, der arme wirklich. Ballast, wisst ihr, was Ballast auch für ein Typ ist? Wenn ihr mal eine Frage stellt, Ballast muss sie beantworten. Ja, das kann ich leider auch. Das habe ich leider auch. Das ist so ein richtiges... So, aber das... Du könntest doch das machen, dann wäre das besser. Und Ballast kann das nicht stehen lassen. Ja, ja. Ja, ja. Habt ihr den getötet da oben bei Peak? Ich töte nur Leute ingame, wenn überhaupt. Ja, deshalb frage ich, ob ihr das getan habt. Ja, kein Kommentar jetzt. Ich will mich jetzt nicht straffer machen. Keine Anlageberatung. Secker. Keine Anlageberatung. Keine Anlageberatung. Ey, Chat! Sonntag, 13 Uhr. Wer ist am Start? Einzelchat. Äh, ich nicht, denke ich. Ich kann nicht. Ich glaube, ich kann auch nicht. Naja. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Habt ihr was gemerkt? Habt ihr was gemerkt? Loadout? Was ist? Ganz komische Sache, ne? Ja, mach ich's, Wähler. Aber warum nicht in Wenger drüber? Ja. Ja. Ich sage, weil es zu eitel, dass die Sachen ändern soll. Ja, safe, safe. Ne, ich glaube nicht zu eitel. Ich glaube wirklich, dass sich da einer durchsetzt. Irgendeiner, der was zu sagen hat. Ja, weil der zu eitel ist. Ne, weil er auch... Ne, 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 ne. Ja, aber ist das Eitelkeit? Ne, 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 ne. Ist das Eitelkeit? Ja, also so im Sinne von so, ne, wir ändern das nicht, weil... Aber was ist denn... Ja, aber was ist denn... Er hat's halt halb eingesehen, dass es halt nicht so gut ist, aber er will's trotzdem drin haben. Das ist schon Eitelkeit. Ja, ich würd' auch sagen. Aber ich glaube, der ist einfach richtig davon überzeugt, oder? Also so, was ist denn, wenn man richtig davon überzeugt ist? Ja. Okay. Okay, ihr kriegt hier, was ihr alle wollt, aber... Ja, genau, ja. Ganz weg hab das leider nicht. Ganz weg nicht, weil das ist wirklich ne super Idee. Ja, okay. Ja, doch, Eitelkeit passt. Ja, habt ihr recht. Ja, habt ihr recht. Ja, habt ihr recht. Ja, gut, cool. Ja. Ich hab ne Drohne. Nein, hier ist voll der Low-FPS-Bot. Nein! Das wird jetzt so lange so gehen, das kann hier sein. Ne, 290. Na, das gibt er gar nicht. Ah, ja, Karma. Ich hab 60 FPS gerade. Das ist doch Karma. Ich hab 110. Das war ja so Karma. Aber jetzt ist halt auch gerade wirklich Null optimiert bei mir. Ich hab ja wirklich den PC komplett neu aufgesetzt. Aber hast du dein XMP-Profil aktiviert? Schön. Was? Was ist denn mit Filz passiert? Hä? Aufgeklatscht, um direkt gefinished zu werden. Das ist scheiße. Bro, ich flieg diesen scheiß Berg runter, öffne Fallschirm, geht nicht, klatsch auf den Stein, Bouncer auf den Stein, flieg 20 Meter runter, klatsch auf den Boden bin gefinished. So wie bei mir einmal verdammt. Das kann wirklich nicht wahr sein. Ich glaub schon. Als ich bei Downtown auf dieses andere Gebäude gefallen bin und dann nur so an der Seite aufgeklatscht bin, um dann nochmal ganz gefinished zu werden vom Boden. Digga, was ist Floyd eigentlich für eine Nutze? Habt ihr gehört, wie laut er gelacht hat? Ja, kenn ich. Ja, kenn ihn. Ich erinnere mich an den Clip. Aber hast du gehört, wie laut Floyd gelacht hat? Wie kann man sich denn so freuen? Ich mein's auch nicht, sehr unkorrekt. Schlampe. Hä, hier, als ob der schon Geist hat hier. Es ist ein Team mit Geist hier bei mir. Ich fass es nicht. Wo bin ich gestorben? Wo bin ich gestorben, Chad? Ja? Ja, so machen wir einen großen Stein. Du bist so wirklich, also du kommst ja so ins Fegefeuer. Ins Fickefeuer. Ins Ficke. Das ist ein komisches Feuer, das Fickefeuer. Ganz komisches Feuer. Sie müssen sich so schnell, so schnell knallen, dass das Feuer liegt. Oh, egal. Was ist passiert mit Floyd in letzter Zeit? Das ist auch nicht. Was soll das für Stimme? Rufi, einfach. Einfach jetzt rufchen. Nein. Das war Mickey Maus. Das war Mickey Maus. Totenstille. Save Totenstille, oder? Totenstille und Geist. Ne, man hört keinen Schritt. Okay, ist ein Visier gelaufen. Nein, man hört trotzdem keinen Schritt. Aber das ist wirklich kacke. Auch wenn die schießen ohne Steindämpfer, man hört gar nichts. Weil gerade, ich war eins gegen drei und ich höre nur, die müssen so schnell ficken, weil Fickefeuer... Hat er aber recht, ne? Hat er recht. Hat er recht. Hä? Das! Kippen! Scheiße! Nein! Kontakt! Das war alles. Das war trotzdem drauf. Ihr könnt kaufen zusammen. Kaufen, 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 ohne sterben, ohne sterben, ohne sterben. Kein Aim Assist! Ja, einfach mal treffen. Controller schmierst du da? Hier oben drauf! Fickefeuer. Fickefeuer! 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 Ja, tot! Tod! Elgato-Pedal incoming. Ich brauche eins. Ich habe geguckt. Die sind schon ausverkauft. Kauf dir doch noch ein normales Pedal. Du brauchst einen Elgato-Pedal. Ja, aber ich brauche halt drei Pedale. Ich brauche Clip-Speichern, Mike-Newton, Full-Newton. Und Elgato-Pedal hat halt drei. Letztens hat einer bei mir im Stream geschrieben, dass ich mich einfach muten soll, damit man nur Gameplay angucken kann. Weil er mich nervig fand. Mach mal deine Facecam weg. Ne, Facecam war ihm egal. Er wollte nur meine Stimme nicht hören. Hier ist mein Gate. Einzelne Chat, wenn ihr so Floyds Filz-Stream mehr feiern würdet. Zweite Chat, wenn ihr es nice finden würdet, wenn Chris nicht so einen Viereckigen Kopf hätte. Und wenn er nicht so reich wäre. Das wäre bei mir. Ne, das gönne ich ihm. Ja, seid ihr gegönnt. Wie kann Floyd so Auge machen? Das ist ja Wahnsinn, Alter. Also unglaublich, Alter. Wie unkorrekt. Einzelne Chat, wenn ihr es scheiße findet, dass Chris reich ist. Vor allem, also reich ist halt auch einfach gelogen. Ja, komm. Naja, war da. Ist okay. Das ist jetzt auch nicht wirklich. Vor allem, wir beide. Ne, also fängt der bei euch schon reich an. Wir beide so, wir beide so. Ja, okay. Also komm. Ne, also ne. Das reicht jetzt auch. Das ist halt jetzt ein Schatz. Unkorrekt. Alle machen Auge. Ja, ich seh. Ich merk, wirklich. Äh, kriege ich Platten? Annie Platten? Annie Platten? Dass du so reich bist. Ich hab Platten ja chill. Chill. Danke. Annie Platten? Platten? Oh, oh. Ich bin tot. Da kam das da noch nicht. Hier, hier. Hier, hier. Ein Problem, Schatz. Ich hab noch nicht die perfekte Ding gefunden inzwischen, ach du scheiße. Zwischen, ach du scheiße. Zwischen, äh, Sound, äh, Lautstärke und sowas. Mhm. Wie ich das am besten mache. Weil, aktuell ist das auch noch ein bisschen zu leise. Ich seh den nicht, der da auf mich schießt. Wo ist denn er? Keine Ahnung. Ah ja. Voll ungewohnt, jemanden zu finishen und nicht auf der Karte zu sehen, wo er ist. Das ist jetzt einen Monat eigentlich nur höher gespielt, oder? Fast nur, ja. Also das ist jetzt echt lange her. Mit Caldera. Bei mir. Hier vorne in dem Gelben ist noch einer. Hinter mir. Alter. Oh mein Gott. Gute Time2K. Kilo? Grau. Grau? Nein. Grau ist es. Grau ist es. Oh mein Gott. Wo denn? Ja, ja, ich spiele auch die ganze Zeit. Die lasert einfach komplett krank. Ähm, nach dem Haus. Sheetbreak, sheetbreak um, sheetbreak um. Ich spiele auch grau wieder. Ja, ich spiele gleich grau. Aber mach das Video bitte echt erst ein paar Tage, du Wichser. Ich spiele nicht grau. Ich mach heute. Ja, läd schon hoch bei mir. Das läd schon hoch. Ich hab die falsche Waffe draußen sicher. Ja. Hier war noch einer close irgendwo. Ja, hier. Oh. Oh. Was? Resonieren, Resonieren. Floyd. Ich hab dich gesehen. Du mal hatt's gehört. Der hat den Snipe verschossen. Um mein Berg, ja. Um mein Berg mit Geist. Floyd, bitte einmal reporten. Rapport. Was? Das war so'n schöner Shot. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Wer sieht dein Laser? Mhm. Alles daneben geschossen. Oh mein Gott. Feuer, Muni. Komisch. Kenn ich nicht. Warte, ich hab ein Cluster. Nein, Luftraum nicht frei. Hä? Bei Cluster? Hä? Wann ist das so? Der wird niemals finishen, weil du hast ihn viel zu nahe gesetzt. Ne, aber manchmal, der wird niemals, der wird niemals finishen. Also, keiner weiß wie der Cluster funktioniert, ehrlich. Der wird niemals finishen. Der wird niemals finishen. Zweiter, zweiter Schlag finishen. Hab mir jetzt Chris' PC nachgestellt, Alter. Hä? Geht das? Ja, ja. Der Off-Zell ist da, das PC. Den kannst du kaufen auf der Webseite. 10% Spaß und ich bekomme 20% Provision. Oh, ich wär schon. Dann wär ich reich. Ist jemand tot? Soll ich, soll ich... Ich bin tot. Ist jemand tot? Einfach jeden Tag im Altenheim. Entschuldigung. Hallo? Nein. Nein. Alter. Nein. Alter. Liebes Twitch-Stream. Wir distanzieren uns von... Ja, in-game. In-game. Das war nur in-game alles. Das war nur in-game damit. Phil meinte in-game damit. Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab gar nichts gesagt. Alter. Mann! Fehl! Ach, so viel ist da. Hä? Hallo? Hallo? Aber braun und die Wellgun. Ich hoffe, du kassierst jetzt ein Outgun. Außen, draußen ist einer, draußen ist einer. Der kommt jetzt über den Haupteingang. Eben den Haupteingang ab. Eben den Haupteingang ab. Oh mein Gott. Da ist das unfettig, ja. Der Brandmonie ist so scheiße, wirklich. Konntest einfach schon aufhören zu schießen, ne? Ja, ja, ich wusste halt auch. Konntest einfach weggehen. Ja, ja, ja. Man hat's gemerkt, so. Ja, der muss weak sein, One-Hit sein, wird sterben in der Brandmonie. Ist jemand tot? Ist jemand tot? Ja, der ist nur so rausgerutscht. Sorry, Jett. Ich hoffe, das hat jetzt niemanden verletzt. Was ist denn da, der eigentlich so alles rausgerutscht? Da rühren wir nicht drüber. Ja, Chris hat sich den Clip nicht angeguckt. Nein, kennt... Ja, Chris ist wirklich... Das kann ich sagen. Unglaublich. Was ist denn da rausgerutscht? Nix. Es? Nein. Ne, ne, ne. Also das hab ich wirklich noch nie gesagt tatsächlich. N... N... Also ich sag dir ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, N-Bombe würde mir glaube ich als Joke eher passieren als S-Bombe. Weil das ist irgendwie... Also dieses... Dieses S, das ist so... Weiß ich nicht. Aber N-Bombe auch nicht. Doch, das S würde... Achso, S-Bombe feier ich nicht. N könnte mir passieren. Ne, aber so meinte ich das nicht, aber so... Ne, aber das andere sag ich auch nie. Es sind wirklich beides Wörter, die ich gar nicht mehr benutze. Also noch nie benutzt habe. Zum Beispiel bei mir beim Fußball sagen das halt manchmal Leute, und da stößt es mir immer so richtig... Ja, ja. Richtig unwohl, wenn es jemand zählt ist. Wirklich. Richtig so. Toss. Ja. Es gibt ne S-Bombe, es gibt ne S-Bombe, ja. Ne S-C... S-C-H. Hängt damit an. Schule, Schule, Schule. Schule, 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 Schule. Ja. Wo ist denn hier noch ein Stopp? Ich hab's gesehen, wo du dreit sagst. Ja. Das ist so dumm. Äh, es gibt keine Shops mehr. Wie? Dritte Song. Gibt keine Shops mehr. Ja, was sagen wir denn zum Mobile Buy Stations? Also was soll die Kacke denn? Was? Weiß ich nicht, was du meinst. Ich hab... Ich seh, ich seh, ich seh, ich seh, 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 seh. Okay, ja. Ich weiß aber auch nicht was du meinst. Ähm, die Leaker haben gepostet. Es gibt jetzt... Also die, die das auch mit dem Low Dog gesagt haben. Es kommen Mobile Buy Stations. Ah, perfekt. Das tut sich wirklich sehr gut. Ähm... Alter, Rose-Skin plus das... Ooooooh! Fickwills, ist das? Kannst töten. Gell. Richtig. Oh, geil! Also ich sag dir ehrlich, wie geil ist die Grau? Ich glaub, einfach weil die... Also... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist halt... Ich mach Video. Es ist halt ein bisschen... Es ist gruselig. Also ich glaub, ich... Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich die jetzt wirklich öfter spiele, weil... Der... Du hast halt wirklich gar keinen Recoil. Also überhaupt keinen Recoil mehr. Mit ner... Halbwegs in Ordnung Time2Kill. Aber sie ist halt nicht Meta. Das ist halt das, was Isaac gesagt hat. Was halt Quatsch ist. Aber Isaac hat auch gesagt, Kilo ist Meta. Nee, Kilo... Kilo, beste Time2Kill. Genau. Und Grau Meta ist Backbar. Ich hab extra gewartet mit dem Plattensack. Statistisch gesehen die beste Time2Kill. Naja. Quatsch. 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 Ich muss noch zeigen den... Den... Dem... Den Eclipse. Ich hab' ne Heli so gelasert mit der Graue. Weil die Bulle Velocity halt im Verhältnis zu so ner Brenn geistes gestört ist. Wirklich. Mhm. Man ist das halt auch di vulnerable wie von Weggersack dem gewohnt. Ja, ja. Du... Du... genau auf den Heli draufschießen und die Kugeln sind angekommen, als ob es zu Hitscannen wäre. Angekommen. Angekommen. Ich hoffe bei Chris immer noch so, dass er es vielleicht überhört, wenn man sich so verspricht, aber das ist so eine Veranlagung, das ist irgendwie in seiner DNA so drin. Floyd hat genau so mitgemacht gerade. Oh mein Gott, was? Was ist denn jetzt passiert? Hallo? Floyd? Was denn? Klappt das bei dir, oder? Ja. Jaja, ich seh schon. Ja. Du hast gechokt, du hast gechokt, wie kann man so chokt? Was? Wie, ich hab gechokt? Wann hab ich gechokt? Ja. Ja. Hä? Du hast das Auto abgezogen. Hä? Hallo? Ich will aber umgehen. Jungs, 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 hier ist ein Gegner irgendwie. I might be, I might be dead. Nee. Oh, ich steig doch lieber ein. Nein, nein. Hier ist auf jeden Fall mindestens einer, mindestens einer ist hier irgendwo. Wo denn? Wer war hier gerade eben auf jeden Fall vor mir? Vielleicht Tomaten auf den Augen? Kann nicht sein. Könnt ihr eine Drohne, wir können eine Drohne nicht holen? Nee, können wir nicht. Doch, können wir. Komm ran. Hinter mir. Ui. Ich wusste es doch einer irgendwo. Ich fahr mit Auto einfach mal lang. Ah, hier ist einer. Jetzt hier vor mir. Genau vor mir. Im, im Raum hier. Nee. Doch, 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 doch. Hier, 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 hier. Hey, von hinten, ich wurde anvisiert. Dreh sie, dreh sie. Vor mir, vor mir hier drin. Alter. Ich bin am Arsch. Ja, wir sind beide am Arsch. Ich bin am Arsch, du bist am Arsch, wir sind am Arsch. Uns zu verlieren. Auf dem Bladder. Wo? Dein Haus, dein Haus, rechts. Dein Haus. Welche Villa? Das sind alles seine Häuser, chill doch. Das ist aktiv. Das Kopfgeldchen ist ausgeschaltet. Wunderbar. Ach, vor uns, ist doch eine Villa. Findest du eine Villa? Nein! Nein! Für euch ist das eine Villa? Also, weiß ich, das ist mein Zweitsohn. Nein! Also, das ist mein Zweitwohnenwitz. Das ist so ein Bürogebäude. Ja, nee, das ist keine Villa, nee. Das ist ein Bürogebäude. Das ist ein Sommer, Sommer, Sommerhaus für Chris. Ja, da steht überall ein PC drin, wie er sich gerade gekauft hat. Schönes Ding, Jungs! Das mit'n, äh, zwack fahren. Das sind wieder für euch, ja? Moin, Herbert! Ich hab' mich gerade 25 Mal versprochen, einfach. Was denn? Moin, Herbert! Ey, Jungs? Hat Diorg letztens auf Rebirth gesagt. Da haben wir uns nichts tun, das ich mal. Diorg ist auch ein lustiger Typ manchmal. Ist das ein Bürogebäude oder Chat? Ist das ein Bürogebäude? Ist das ein Bürogebäude? Ist das ein Bürogebäude oder Chat? Ja, das ist ein Bürogebäude. Dein Chat, dein Chat. Das war ganz schnell. Büro von Chris, ja, stimmt. Das ist ein Büro von Chris. Das ist ein Bürogebäude. Das ist ein Bürogebäude. Das ist ein Bürogebäude. Ein Einzelbürogebäude. Oh, Feindlich verbessert. Das ist sehr gut, glaube ich. Er ist hier oben drauf. Komm vor mir direkt. Was? Richtig und richtig. Keine Chance. Keine Anlageberatung. Keine Anlageberatung. Keine Anlageberatung. Zweitzone, aber goated. Habe ich zwei... Ja, ich habe so... Das habt ihr nicht gehört, ne? Ich habe mich 25 Mal versprochen bei Zweitwohnsitz. Ja, mehrere. Ich habe Zeitzonen-Sitz gesagt. Ey, ja, ich bin tot. Chris muss wieder abein. Das ist schwierig. Einer drin. Nee, musste nicht, musste nicht, musste nicht. Alles gut. Links von dir Chris noch. Und oben vom Berg, glaube ich. Ich werde von hinten anvisiert. Ja, vom Berg, vom Berg. Ja, ja, die sind ganz oben. Die haben halt auch... Big-Zone. Wir müssen versuchen mit dem... Hinter mir noch, hinter mir noch. Gefinish. Wasser ist hinter mir. In deine Richtung, Floyd. Wo Floyd guckt. Oh, beim Haus hier, beim Haus hier. Der hat mich gesnipet irgendwo. Ich bin aber safe. Kannst du ihn holen? Ich bin safe, ja. Hat ein paar Hits. Ja, ja, ich kann ihn nicht, ich kann ihn nicht challengen. Ich kann ihn nicht challengen. Keine Platten mehr. Habt ihr noch Platten? Äh, sechs, ja. Ein Team noch. Ein, 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 zwei Team. Ein, zwei Team noch. Ja, eins, eins. Ich habe auch noch hier gedroppt. Eins. Ich, ich cross nochmal. Die müssen zu uns kommen, ne? Ja, ja. Ah, ja. Der snipe da noch, der snipe da noch. Ja, ja. Wo, wo bei dem Haus kommt es auch, ne? Ja, ja, auf, ne? Ja, ja, auf, ne? Ja, ja. Ich seh einen, ich seh einen. Ich seh seinen Mate. Er ist da oben links, er ist da oben links. Die haben sich gesplittet. Ja, er läuft doch. So weit gesplittet, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ich hab ihn auch gerade gesehen. Ich seh ihn aber nicht mehr. Ein bisschen eintöten und dann haben wir easy. Es wird anvisiert von ihm, glaub ich. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wer ist hier oben? Oh mein... What the fuck? Oh mein Gott. Weg, 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 weg. Was war der letzte? Der letzte als Sniper, pass auf. Ja, ja. Ich denke mir, wir werden die Runde gut Kills geklaut, ey. Ja, von links, von links, der erste auch, der erste auch. Erste auch. Seh ihn nicht. Warte rechts da noch, Leute. Rechts? Ja. Da sind 1000 Items von meiner Fresse. Ich seh's. Ich hab's nicht gesehen, ja. Alter, er ist... Ich glaub, er ist nicht schlecht. Ja, ist auch nicht. Lass doch nicht snipen. Ja. Ihr habt keinen Self, beide auch. Ich cluster ihn. Nein, nein. Leg ihn ab, leg ihn ab. Nein, er sieht mich. Leute. Ich bin tot, ich bin tot, 2, 2, 1. Na ja. Er ist geklustert, er ist geklustert, er ist geklustert. Ohohohohohohohohohooo. Lass den Klasse deinen finischen. Und's geht. GGs! GGs! Boah, Digga, wie er mich gesehen hat, Alter, das war insane. Let's go. Ausdruckszeichen Mike. Ja, ich schwör's dir. Boah, das ist so schlimm.